Servus, Mario aus Thailand, Sattahib. Heute sind der Heinrich, die Miau und ich beim Fischer Park essen. Schauen wir mal Leute, auf geht's. Hallo, Sabatikap. Oh, was gibt's da heute Gutes? Kaupat, Kaupatgung, Reis mit Garnelen, dann gibt es Gemüse mit Garnelen und Auster-Sauce, also sehr, sehr lecker. Tomyamgung, also die spezielle Thai-Suppe. Speziell. Okay. Ist das alles? We have everything. Ah, Prost. Zum Wohle. Tschö. 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 Schaut Leute. Ist das nicht herrlich hier? Wunderbar. So, jetzt werden wir dann essen. Hunger, Hunger. Hunger, Hunger. Einiges los hier, Leute. Es ist hier in Sattahib. Hunger, Hunger. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben. Die nicht abonniert haben, abonniert bitte, es ist kostenlos. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Leute, ihr seid mega spitze. Tschö. Servus. Mario aus Thailand. Sattahib. Tschö. Servus. 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 Servus.